Jede Stimme zählt. Daran erinnert mich die gläserne Kuppel auf dem Reichstagsgebäude, dem Sitz unseres Parlaments. Über den Entwurf wurde heftig gestritten. Die Entscheidung fiel im Juni 1994 in der Baukommission des Bundestags mit nur einer Stimme Mehrheit. Heute ist die Kuppel Wahrzeichen unserer Hauptstadt und unserer Demokratie, die vor großen Entscheidungen steht. Wie besiegen wir die Pandemie? Wie bewältigen wir den Klimawandel? In was für einer Gesellschaft wollen wir leben, lernen und arbeiten? Demokratie lebt von der Debatte, dem Austausch von Argumenten. Im Bundestag, in den Medien, in der Öffentlichkeit. Und nicht nur, wenn Wahlen anstehen. Es darf und muss gestritten werden. Mit Fakten und mit Leidenschaft. Respektvoll und fair. In der Demokratie sind alle gefragt. Informieren Sie sich. Bringen Sie sich ein. Beteiligen Sie sich. In Initiativen. In Parteien. Im Netz. Doch nichts davon kann die Wahl ersetzen. Nur wer zur Wahl geht, bestimmt, wer künftig im Bundestag vertreten ist. Wer zur Wahl geht, entscheidet mit, welchen Weg unser Land einschlägt. Überlassen Sie das nicht den anderen. Machen Sie am 26. September von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Nutzen Sie Ihre Stimme.